Ihr Kind ist oder wird fünf Jahre alt und Sie stehen vor einer wichtigen Entscheidung. Soll mein Kind weiter die Kita besuchen oder zur Vorschule wechseln? Ihr Kind hat in der Kita Wurzeln geschlagen. Es ist mit seiner Kita seinen Erzieherinnen und Erziehern vertraut und hat Freundschaften geschlossen. Diese stabilen Beziehungen bilden die Basis für seine weitere positive Entwicklung. Mit fünf Jahren gehört Ihr Kind zu den Großen in der Kita und gilt als Experte und Vorbild. Diese wichtige Erfahrung, die Kinder so nur im Kita-Brückenjahr erleben können, macht Ihr Kind stark und selbstbewusst für den nächsten Schritt in die Schule. Das Kita-Brückenjahr bereitet Ihr Kind gut auf die Schulzeit vor. Mit seiner natürlichen Neugier gewinnt Ihr Kind beim Forschen, Entdecken und Experimentieren erste naturwissenschaftliche Erkenntnisse. Es erwirbt mathematische Grundkenntnisse. Ihr Kind lernt, einer Sache Schritt für Schritt auf den Grund zu gehen und ist stolz auf seine erreichten Ziele. Es erweitert seine sprachliche Kompetenz. Mit Liedern, Tänzen und dem Gestalten von Bildern wird die musische Bildung, Kreativität und Konzentrationsfähigkeit gestärkt. Bewegung macht Freude, fördert die Gesundheit und das Lernvermögen. Soziales Lernen macht Kita-Kinder sicherer und selbstbewusster im Umgang mit sich und anderen. Ihr Kind lernt, eigene Gefühle auszudrücken und sich einzufühlen. Die Anerkennung der Leistung Ihres Kindes stärkt seine Freude am Lernen. Beste Voraussetzungen also für die erste Klasse. Unsere Kita setzen die Hamburger Bildungsempfehlungen zum Kita-Brückenjahr um. Machen Sie sich ein eigenes Bild davon, welche Inhalte das Kita-Brückenjahr in Ihrer Kita auszeichnen. Sprechen Sie uns an. Ihr Kita-Team und die Hamburger Kita-Anbieter. Sprechen Sie uns an. Sprechen Sie uns an.